Jo, hallo, und jetzt willkommen zu einer Runde Sims 3. Mit dem wir los. Ist das mal was? Ich würde eigentlich auf die Idee, von rausgehen zu wollen. So, das ist gut. Das ist gerade ein neues Soundsystem. Ich glaube, dass das Problem so ein bisschen Echt drin ist, und ich glaube, dass er gedreht hat. Meine Ahnung, das hier zu schalten, ist das nicht so schlimmer? So besser? Auch scheiße. Wenn wir noch Echo, soll der Effekt kommen? Hm, kein Echo. Ich kann das so haben. Ähm, so. Okay. Es geht hoffentlich, ähm, ja. So, dann müssen wir hier das mal aufhauen. Aufräumen schön. Wir müssen ja eine Grafine rauskommen, stehen. Können wir woanders hingehen, nur rumzommigen oder so? Erden und Geräusche machen. Kann der was machen? Kann der den töten? Nee. Kann der eine Interaktion verfügbar? Ich habe wieder so ein kack Englisch. Äh, Englisch, ein kack Echo, Mann. Ich hier scheiße. Oh Mann, jetzt habe ich Echo. So ist Echo, hier, Echo, Echo. Das dürfte jetzt gar kein Echo sein, aber ich habe trotzdem Echo. Ich weiß das nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Da weiß ich nicht. Das ist scheiße. Das Echo habe. Das liegt ja auch, weil ich wahrscheinlich nicht mal starten musste. Das hat sich wieder alles verstellt. Komm mal, ich schreibe mal kurz das Ding hier aus. Geh aus. So, wer ist wieder da? Nee. Hallo? Geh nicht wieder an. Kein Sound. Hallo? Hm. Ah, das, das, das spiegelt, aber ich habe kein Mikrofon. Ich höre mich im Fall nicht. Hallo? Doch, test, test, test. Ah, jetzt geht wieder. Okay. Äh, scheint zu funktionieren wieder. Und ich habe kein Echo. Na gut, doch. Hm, ich bin Echo. So, aber weniger. Weniger. So, aber weniger. Besser. Okay, da bin ich wieder. So. So. Wie spät haben wir es denn? Das ist schon sieben Uhr morgens. Jetzt kommen wir hier noch vor der Tür, oder was? Nee, ist weg. Aber ich höre ihn doch noch. Na. Warte, hinten ist ja diese blöde Puh noch da. Ich muss mal ganz noch verschwinden. Das ist noch ein Tage. Hm. Super. So. Was hat denn da noch Probleme? Ach, das ist wieder normal, oder? Ja. Dann holst du sie ab. Super. Mach dir so ein Terror vor der Tür und dann verbissen sie sich ganz einfach. Ach so, einfach ein Geschenk schicken? Oder so eine Flacke gehisst. Das heißt, du hast was passt drin. Normalerweise. Nee, kann da nichts machen. Passt für ihn vielleicht, oder was? Nein. Nein. Passt für ihn ist auch nicht drin wahrscheinlich. Nein, der kann auch keine Post anfangen. Wo ist er denn eigentlich? Was macht er denn? Er schläft. Das ist auch. Was hat er über Blick gewindet? Ich habe so lange, das ist viel nur gespielt. Meistens aufs Screen, aber nicht aufgenommen. So, also er schläft ganz ein paar. Okay. So. Ja. Dann haben wir es soweit. Er liest Gott am Buch. Könnte aber, was hat er hier noch für ein Problem? Weg nach Kühlschrank. Achso, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Müll drin. Das war auch so. Wollen wir empfehlen was? Willst du servieren vorher den Rest essen? Nein. Auf Frühstück. Servieren wir am Frühstück. Komm, mach mal. Was denn? Das ist auch schön. Essen macht ab. Wo die Kids wach sind. Kann man das ja mal machen. So. Das kostet ein bisschen, aber. Oder wie? Ah, was haben wir? Was können wir uns leisten? Der Junge schläft noch. Hat er noch Hausaufgaben im Staat zu machen? Weiß es gar nicht. Ach ja. Wie war denn das hier denn noch? Da ist das. Ah ja, da ist das. Ja, haben wir abgeschlossen. Sind abgeschlossen. Alles klar. Ach ja. Was soll ich schon wieder rummachen? Nein, halt die Klappe. Jeder. Ja. Na ja, so kommt ja alles drin. Luft werfen, kitzeln, kuscheln, lauschen, auslassen, nutze Gewinne wechseln, mach das. Mach mal. Ja, ja, mach das. Mach mal. Okay. Ah, er kocht gerade. Er kann nicht den Koch nicht wegnehmen. Jetzt packen wir die Küche wieder ab. Das wollen wir nicht. So. Nein, wieder rein. Nein, da soll ich durch die Gegend. Okay. Ja. So. Ist auch wieder grün, ne? Ja, okay. Braucht er nichts weiter machen. Alles gut. So. Ja, braucht er allerdings auch ein kleines Bad. Hat gerade Spaß, dass er damit fertig ist. Ich lasse mal noch ein bisschen machen. So schneller, so. So, erstens fertig. So, dann ein Bad nehmen. So. Da nimmt er mal ein Bad, der Junge. So. Dann Nacht im Bad, äh, ach so, um uns, ob ich das mal voll machen soll. Ach ja, ist nicht abgezogen worden. Benutzen. Und dann, um, verwerfen, in die Boxen. Da war ich. Alles klar. Oh, jetzt auch ein Bye. Ach so. Geht doch. So. Oh, ich hab mich auch gelassen. Das guckt er mir nicht mehr vor. Nein, ich aufgeben. So. Er hat noch, okay. So, ich muss ihn machen. Es ist Samstag, dann wirst du so keine arbeiten. Wir müssen mal eine Frau für ihn suchen, ne? Ich würde jetzt sagen. Ah, der hat also frisch Beschäftigung, ne? So, hat er Hunger? Hat Hunger, ne? Noch mal den kleinen Snack nehmen. Den Rest wirklich aufräumen, Teller nehmen. So. Ist es mit seinem Hunger, oder hat er keinen Hunger? Okay. So geht er hier hoffentlich selber hin. Das Kind? Das Kind ist mit dem Hunger, ja. Ne? Keine Aktion verfügbar. Merkwürdig. Achso, ich muss ja aufschalten auf ihn hier. Wenn man rausgeht. Okay. Oh, Booga! So. Ja? Hm. Hm. Ich bringe die Schwur. Ah. Oh, Uba. Ich bin hier. Hm. Ziemlich dünn, der Junge, ne? Wie ist der dünn? Dill dünn. Ich mag Fiek. Oh, kochen. Hm. So. Ähm. Ja, da musst du auch was essen haben. Wobei drauslassen, ausgesucht, in der Leisbeirung, Frischung, Pizze, in der Bälle, 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 in der Bälle. Ich gebe ihnen doch endlich was zu essen. Ich gebe ihnen doch endlich was zu essen. Oh. 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 Oh, Mann. Was klappt das hier? Wie spacken sie hier rum? Oh, Mann. Das ist so ein verpacktes Spiel. So. So. Ähm. Ja. Seine Hände war schon danach. Achso. Er muss das so hin duschen. Okay. So. So. Was dann abgelebt, reinigen, saubern, versäubern. Und dann buttoning. So. Ist der beschäftigt, dann kann er mal seinem Bruder da mal aus. Hhhhhhhhhh. Laufenballring. Hopp. Oh. Scheiße. Ernst, ist doch kacke. Komm. Wohin das Laufenballring. Ist wichtig. Laufenballring. So. Ja. 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 Ich bin nie aufert. Ich glaube schon, dass die Wüste ist. hat hat Das ist schwierig, was zu tun. Ich schaffe immer mal eine. So, jetzt muss ich jetzt sauber sein. So, jetzt habe ich wieder das noch. Jetzt hast du hier aufgeschrieben. Ach, mach das nicht. Ich war alleine. Okay. Kannst du mal laufen? Nein, ich kann auch nicht laufen. Jetzt schafft er doch. Geht doch, siehst du ja. Naja, nee. Die Schwester sind halt viel egal als die Eltern. Ja, nicht mal so sicher. Besseren Draht war ein Buch. Ah, du wirst jetzt gerade immer den Rest zu essen. Auch das Rest zu ausräumen. Ja, ganz lecker. Wollte halt ich mit dir ein bisschen losfrauen suchen gehen, dass du mal endlich eine Frau hast. Oh, was ist das? Oh, jetzt haben wir schon ein Zeichen. Ähm. Nubu Katz, nubu. Wasabuuu. Was haben wir mit dem? Hm, die haben wir schon... Ah, Tatanubu. Hm, die hier sieht nicht so aus. Wie sieht ich mir aus? Ja. Kabawa. Chachi. Ja, einladen noch. Nach Hause einladen. So, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe schon, äh, was, wie ist denn, bis 18 Uhr, also ich habe keine besondere Zeit jetzt, hm, merkwürdig, kommen wir plauden. Oh, zu plaudern, ergibt ist ja ein bisschen, das ist ja eher deutlich schwieriger hier, Kontakte zu knüpfen, als bestens hier. Leih, ist ganz gut, was wird gesagt, ich habe keine Zeit, ist grab加 buat to date, und da los. So, braucht er auch nicht viel von dir. Hier kann man auch nicht plaudern. Wenn der schon wieder isst. Er fressen aus Langeweile, oder? Nee, jetzt hat sich Hunger. Okay, klar. Lass ihn fressen. So, wir haben es gleich mit dem Kleinen hier. Lauf den Kerl. Alles schon runter. Wieso ist der unten? Ist alles gut? Wo muss der nur Gap? Leggiene, ach der Kleine ist voll. Das macht er. Das macht er. Er hat es geschafft. Da sprechen wir einfach in Hochschulvertrauen. Auf Kitzeln, Kuscheln. Er schmutzige Wände wechseln. Warte, jetzt. Zack. Ja, haben wir schon wahrgenommen. Zack. Ja, gut, ne? Gabi, Gabi, Gabi. Ach, Gabi. Besser. Schon kommen sich zu wohl. Deswegen hat er Probleme. Ich habe keine richtigen Probleme. Wenn der Hunger hat, eigentlich nichts. Problem ist. Spaß mangelt ein bisschen. So, kann er jetzt eigentlich allein spielen? Jamsen. Jamsen. Das kann man nicht lernen? Kann ich lernen? Jamsen beginnen. Was ist denn Jamsen? Alleine spielen. Jamsen beginnen. Jamsen, los. Tag. Oh, weg für dich. Halt anspielen. Tja. Halt dann spielen. was er denn hier ist das problem was richtigen auf jetzt energie erst müde natürlich putzen und dann entspannen bett so gut scheint ja sehr interessant zu sein ist das zu trotz haben wir wieder unsere 15 minuten rum glaube ich genau gemessen aber ich denke schon und dann schauen wir mal was demnächst passiert nur ja und jetzt haben wir schon überlebt und ja frauen wollten irgendwie heute nicht wie sie sollen die kinder schauke und die rutsche damals das kann man nicht sagen ähm was hat während davor vielstand keine beförderung ach so ist da noch eine schule keine beförderung bekommen das verwirrt mich jetzt ein bisschen keine ahnung ich werde ein bisschen konkurrenzen da will ich noch eine folge selbst hier aufnehmen und dann vielleicht eine folge meine kraft und dann habe ich auch genug getan wurde das kann sein wahrscheinlich ohne aufzunehmen mal sehen frauenöl mal durchgehe jetzt kann arbeiten ich hab's jetzt geld nicht sowas hat eine kleine jetzt probleme hunger energie ist aber gleich fertig mit dem klima heute ist im schlafen na weiß ich jetzt ist fertig mit klima ich lass mal aus bau kopf bau dann ja ja lass ihn packen mhm ach das hat eigentlich bedürftig hätte ich an den wieder nicht zu waschen aaaaah er versteht ja noch nicht wieso geht das nicht rum geht das nicht Hä? Warum geht das nicht? Aufräumen. Warum geht das nicht? Da verstehe ich nicht. Man kriegt den Müll nicht rausgebracht. Hä? Du schmeißt das da wieder rein. Oder sollst du den Müll rausbringen? Ich habe die Tonne zu dicht am Briefkasten. Aber den habe ich da nicht hingestellt. Ach, die Tür ist zu. Ach, die Tür ist zu. Verdammte Scheiße. Ich verstehe, die haben das letzte Mal abgeschlossen, damit die nicht rausrennen. In den Zombies. Das verstehe ich erst. Ach je. Man dumm von mir. Abschließen auf. Hä? Was? Abschließen, ja. Als Eingangstür eröffnet. Nee, die wollen wir nicht aufheben. Dann machen wir wieder eine Tür. Äh, die Sichtweise. Ja, tschu 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 tschu. Mal wieder so. So. Und dann kann er den Müll rausbringen. Was? Entschuldigung. Das bringt den Müll natürlich wieder dahin. Natürlich. Nervt. Benge nervt. Aufräumen. Ich kann nicht drehen. Ach, jetzt kann ich drehen. Ah, Mann. Die Steuerung ist... wird bekloppt. So. Windewechsel. Entsprechend beibringen. Robert hochheben. Outfit wechseln. Kuscheln. Kitzeln. Luft werfen. Knappet legen. So. Hm. Und dann bringen wir noch einmal Müll raus. Müll rausbringen. So. Ach, wir haben noch was hier. Erste Essen. Viertel, ob es erst noch zwei Minuten. So. Das ist auch noch weg. So. Und das hier auch, äh... Müll rausbringen nochmal. Wo ist das denn? Ne, geht schlafen. Toll. Wie das interessiert. Aber sind sie alle schlafen? Das ist ein guter Punkt daneben. Jetzt. Prost. Alles klar. Ja, ja. Das habt ihr euch so gedacht. Schluss. Schluss. Was wollt ihr? Ja, ich weiß. Aber muss sein. Muss sein. Wir haben nicht viel geschafft. Es ist nun mal so 15 Minuten Zeit. Wenig Zeit. Ich habe 15 Minuten. Ich denke schon. 15 Minuten. Aber, ja. Ich werde... Kann ich so sprechen. Irgendwann die nächsten. Zwei, drei Monate fielen. Die nächste Folge. Alles klar. Ciao. Habt euch wohl. Tschüss. Euer Jockel. Haben wir hier noch. So. Applaus Nichts. Böodi. Untertitelung des ZDF, 2020